Folien mitgebracht und möchte euch kurz auf eine Reise mitnehmen, was Intrinsic ist und weshalb wir das machen und wie wir dabei vorgehen. Was mich vor allem natürlich interessiert ist der Austausch mit euch. Wir sind rund 30 Leute, erfahrungsgemäß geht das mit einer Diskussion oder auch Fragerunde dann im zweiten Teil dieser Keynote möchte ich genügend Zeit auch einplanen. Okay, Intrinsic Campus, weshalb machen wir das? Was sind die Fragen, die wir uns stellen? Mit dem beginne ich, welche Bildung wollen wir? Das ist unsere Kernfrage, mit der wir uns auseinandersetzen und ich möchte euch kurz unsere Thesen erläutern. Wir gehen davon aus, dass das Industriezeitalter gerade am zu Ende gehen ist und dass wir in den Startlöchern oder in den Anfängen des digitalen Zeitalters stehen. Was wir darunter verstehen ist, dass alle Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen, ökonomischen Strukturen, aber auch alle Organisationsformen, die wir heute haben, sind der Industrialisierung zu verdanken. Wir sind sehr stark organisiert in Linearitäten, in Hierarchien, Chronologien, in absehbaren Mechanismen, wo wir zum Glück in der Industrialisierung es geschafft haben, mit genau vorhersehbaren Prozessen hocheffizient zu produzieren, zu organisieren, zu kommunizieren. Das ist sozusagen die Kehrseite oder das Nebenprodukt des Wohlstands, den wir in den letzten 200 Jahren Industrialisierungsgeschichte erfahren haben, ist die Kultur der Industrialisierung. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Zukunftsprognosen der Futuristen stimmt oder wenn wir die Zeichen am Horizont, zum Teil sind sie auch schon hier ganz aktuell sehbar und fühlbar, wenn wir das ernst nehmen, dass in Zukunft die Digitalisierung unsere Ökonomie und unsere Gesellschaft stark prägen wird, dann werden Linearitäten, werden diese Erbschaften aus dem Industriezeitalter wahrscheinlich zu Ende gehen. Was brauchen wir denn, um diese postindustrielle Gesellschaft optimal zu organisieren? Das ist eigentlich die Fragestellung und wir glauben, da kommt was ganz anderes. Wir glauben, es sind diese vier Ks, die jetzt auch oft rumgereicht werden, tatsächlich zentral. Die vier Ks als Future Skills, also die Kollaboration, dass wir versuchen, möglichst breit, vernetzt zusammenzuarbeiten und nicht mehr in den Silos und den Linien, die es nach Vorschriften optimieren. Wir glauben, Kommunikation spielt eine ganz wichtige Rolle, dass ich nicht mehr von A nach B etwas weitergeben muss, sondern dass ich die Fähigkeit entwickle, in alle Richtungen auch kommunizieren zu können, mich mitteilen zu können, meine Ideen und Gedanken, die immer wichtiger werden, auch mitzuteilen. Es geht um Kreativität. Kreativität verstanden nicht primär um Lieder singen und schöne Bilder malen, sondern Kreativität verstanden als Fähigkeit, auf neue, erstmalige Problemstellungen originäre und originelle Antworten zu finden. Also neue Ideen in Zusammensetzung von unterschiedlichen Erfahrungen und zurückgreifend auf Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen so zusammenzusetzen, dass es die Lösungen bringt auf Fragestellungen, die wir vorhin noch nie hatten. Und es geht um kritisches Denken. Es geht darum, dass wir versuchen, all das, was da kommt, die riesige Flut an Informationen, an Kommunikation, die kritisch zu hinterfragen und ein Koordinatensystem aufzubauen, das uns Referenzpunkte gibt, wo wir die Informationen, die wir haben, abchecken können und einordnen können. Also das sind alles Fähigkeiten, diese vier Ks, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken, die wahrscheinlich bis auf Weiteres der Mensch, der Maschine und dem Computer voraus haben wird. Und ich glaube, Bildung sollte auf diese Kompetenzen einzahlen. Dann ist die Frage, ja, wie geht dann das Lernen in diesem Bildungsverständnis? Und da sind wir überzeugt, das Lernen verstanden als Verinnerlichung und Erarbeitung, Aufsaugen eines Stoffes, einer Methode, eines von Wissen, dann Lernen genannt werden kann, wenn man es nicht einfach wieder rausspucken kann in genau diesem Kontext, in dem man es gelernt hat, sondern das Lernen ist dann, wenn man Methoden und Wissen in ganz unterschiedlichen Kontexten wieder zur Anwendung bringen kann. Also wenn es wirklich verinnerlicht ist. Und da haben wir, und deshalb nennen wir uns Intrinsic, haben wir die Überzeugung, dass ich eigentlich nur dann lernen kann, wenn ich irgendwo eine reale Dringlichkeit für mich persönlich sehe und fühle, dass ich jetzt das oder jenes lernen soll. Lernen nach Vorschrift, Lernen, weil es auf dem Lehrplan steht, Lernen, weil es der Lehrer mir motiviert vorträgt, ist, glaube ich, in einer auch leistungsorientierten Perspektive nicht effizient, weil es einfach nicht hängen bleibt. Da gibt es genügend Studien, die zeigen, ein Jahr nach Matura, ein Jahr nach Studienabschluss, wo auch immer, ist die Hälfte bis drei Viertel des Wissens wieder vergessen. Und das kann es ja nicht sein. Also Lernen soll so kultiviert werden, dass ich dann einen Entwicklungsschritt machen kann, wenn ich das Fenster der Aufmerksamkeit, wie es auch die Psychologen nennen, also wenn ich persönlich bereit bin aufgrund einer realen Dringlichkeit, weil ich akut betroffen bin von einer Fragestellung. Intrinsische Motivation, ich muss das jetzt lernen, mein intrinsischem Lerndrang. Das, glauben wir, sollte Bildung in Zukunft adressieren oder eine Infrastruktur und Lernumgebung so gestalten, dass dieses Lernen stattfinden kann. Und es geht um Bildungskultur. Und da komme ich wieder auf diese Entlinearisierung. Ich glaube, Bildung als deterministische Veranstaltung, Bildung im Sinne von, dass wir immer von Anfang an schon definiert haben, wo es landen soll, das ist keine Bildung. Bildung ist dann eine zukunftsgerichtete Bildungskultur, wenn das Ergebnis offen ist, wenn wir am Anfang noch nicht genau wissen, wo wir landen. Wenn wir auch diese Hierarchien im Sinne von fixen Rollenverteilungen aufweichen. Es ist in der Bildung der Zukunft nicht mehr so klar, wer jetzt hier der Dozent und wer der Student ist, wer der Produzent und wer der Konsument ist, wer der Professor und wer der Student ist oder der Schüler ist. Bildung im Netzwerk auf gleicher Augenhöhe heißt auch Ambiguitätstoleranz, dass wir es schaffen, auf unterschiedliche Situationen in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Dass wir zulassen, dass ich in der einen Situation tatsächlich der Erfahrenere bin, der Wissende bin gegenüber den anderen und in der Situation fünf Minuten später kann es auch wieder drehen. Ich glaube, das ist eine kulturelle Frage. Es geht aber auch darum, dass wir diesen Frontalunterricht ganz jetzt im Alltagssetting aufweichen, auflösen. Es geht um individuelle Betreuungen. Es geht darum, dass wir diese Verschiedenheit tatsächlich ehren in der Bildung und nicht versuchen, alle über den gleichen Leistung zu schlagen, sondern eigentlich diese Heterogenität, die naturgesetzlich die Menschen oder eine Menschengruppe mitbringt, dass wir eigentlich von der profitieren und versuchen, all die Fähigkeiten und das Wissen mit einzubeziehen, anstatt versuchen, alle still zu machen, alle in diese selbe Bahn einzulotsen, damit wir möglichst ohne Stress und Zwischenrufe unser Bildungsprogramm abspulen können. Jetzt, wie gehen wir am Intrinsic Campus vor? Was ist der Intrinsic Campus? Unser Selbstverständnis am Intrinsic Campus ist, wir versuchen entlang diesen Thesen, die ich eben erwähnt habe, einen Prototyp zu bauen für die zukunftsfähige Bildung. Und wir setzen an bei der Lehrerbildung. Wir gehen davon aus, dass eben die Schule, insbesondere die öffentliche Schule, die wir ehren als zivilisatorische Errungenschaft, als demokratiepolitische höchst relevante Institution, vielleicht als auch eine der letzten verbliebenen gesellschaftlichen Klammern, wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht die Armee, das Militär sowas wie eine gesellschaftliche Klammer war, die geht uns langsam ab, die kommt uns abhanden. Jetzt flackert sie bei Corona wieder ein bisschen auf, hat sie eine Daseinsberechtigung, aber im Prinzip machen da die meisten nicht mehr mit. Die Landeskirchen waren vielleicht auch so eine gesellschaftliche Klammer, wo man drauf schauen kann und sagen kann, ja, über das Religiöse, über das Spirituelle leisten die Landeskirchen ganz wichtige gesellschaftliche Funktionen, gehen auch, funktionieren auch nicht mehr so wie früher, die Leute laufen davon. Die Schule, die öffentliche Schule ist noch eine dieser verbleibenden Klammern und deshalb möchte ich ganz persönlich die öffentliche Schule eine stärken. Aber es steht ein radikaler Paradigmenwechsel bevor. Und wenn man systemisch auf Innovationsprozesse schaut, dann kann man feststellen, dass oft in der Geschichte grundlegende, disruptive Innovationen nicht aus den Systemen heraus passiert sind. Es waren nicht die Kutschenfabrikanten, die das Automobil erfunden haben und es waren auch nicht die heutigen großen Autokonzerne, die jetzt das Elektroauto salonfähig machten, sondern es war ein Softwareproduzent, der mit dem Tesla ganz von der Außenseite her in die Autowelt reingefahren ist und jetzt auf einmal die großen Autokonzerne angestachelt hat, anständige Elektromobile zu produzieren. Und das nehmen wir ein bisschen überspitzt gesagt für uns in Anspruch. Wir möchten mit dem Intrinsic Campus eigentlich den Tesla bauen, den Paradigmawechsel in der Bildungskultur und einen Prototypen auspfeilen, bis er sitzt und den dann so gut wie möglich zu beschreiben und zu teilen, damit ihnen allenfalls die angestammten Bildungsinstitutionen sich davon inspirieren lassen können oder sich davon etwas übernehmen können. Deshalb freut es mich auch speziell, dass wir heute in Kooperation mit der PH Bern auch hier sitzen und weil das genau unser Interesse ist. Wir möchten nicht am Intrinsic Campus unser kleines Gärten kultivieren, sondern wir möchten in Kooperation treten und Brücken bauen mit dem angestammten System. Weil die können ja auch vieles sehr viel besser als wir. Hier habe ich die Arbeitshypothese, mit der wir gestartet sind, auch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Die kleinen Schriften sind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich gehe da einmal durch, um kurz zu skizzieren, wie wir am Intrinsic Campus arbeiten. Im Zentrum stehen die Studierenden. Wir haben im Herbst 2019 gestartet mit einem Dutzend Studierenden. Die stehen im Zentrum. Wir haben keine, wir versuchen uns da wirklich auch bei diesen Thesen, die ich vorhin formuliert habe, ernst zu nehmen. Wir haben keinen fixen Lehrplan. Wir haben keine, keine fixe Methode. Wir haben eine Hypothese und orientieren uns an dieser, im Verständnis, dass wir ein Forschungsfeld sind. Wir versuchen, gemeinsam zu forschen und unsere Arbeitshypothesen und unsere Thesen laufend anzupassen. Die Staatshypothese ist, dass die Studierenden in die Praxis gehen. Sie verbringen rund die Hälfte des Studiums in der Praxis. Jene, die Vollzeit studieren, sind zwei Tage in einer Schule, sei das in einer öffentlichen Schule oder in einer privaten, freien Schule. Da sind bei unseren Partnerschulen je etwa Hälfte öffentliche und private Schulen dabei. Da machen sie Erfahrungen. Da gehen sie voll ins Feld, ins kalte Wasser am Anfang und werden da mit x verschiedenen Themen konfrontiert. Sie werden mit Themen konfrontiert, die sie begeistern, wo sie sehen, da habe ich eine Leidenschaft, die ich entwickeln kann. Da habe ich auch ein Talent, das ich weiter ausbauen möchte. Und man wird natürlich auch mit Themen konfrontiert, mit den eigenen blinden Flecken, wo man merkt, ach, da bin ich noch gar nirgends. Wenn ich tatsächlich einmal Lehrperson werden möchte, muss ich hier und da noch zünftig dahinter. Diese vielen Themen werden geordnet mit einem Lerncoach. Jede Studierende und jeder Studierende hat einen Lerncoach zur Seite. Das sind Coaches, die die Studenten jetzt nicht primär inhaltlich begleiten, sondern methodisch. Die versuchen, da eine Ordnung, eine Prioritätenliste reinzubringen, welche Themen werden in welchem Setting angepackt. Dann sind die Themen rausdestilliert und wir kommen zurück zum Campus. Einmal die Woche findet der Campus-Tag statt. Der ist jetzt im Moment virtuell, funktioniert aber ganz gut, so wie wir jetzt heute zusammenarbeiten, ist das bei uns eine Zoom-Konferenz, jeweils am Freitag. Und dann werden die Themen geteilt. Dann werden die Erfolge und die Misserfolge geteilt und werden auch Gruppen gesucht. Wenn ich jetzt ein Thema habe mit, sage ich mal, Elternzusammenarbeit, ist mir nicht gelungen, im Prax, im Praktikum mit einer schwierigen Mutter den Draht zu finden, dann gucke ich, gibt es noch eine andere Studentin oder ein anderer Student, der das ähnliche Thema hat. Dann tun wir uns zusammen zu einer kleinen Lerngruppe. Vielleicht möchte ich aber auch alleine losziehen, weil es vielleicht auch ein sehr persönliches Thema triggert bei mir. Auf jeden Fall setze ich mich dann zusammen in diesem Kontext, der passt von der Lerngruppe her und gehe in den Lernprozess. Da schwenken wir jetzt auf die rechte Seite dieser liegenden Acht. Ich suche mir eine Expertperson, die mich unterstützen kann dabei. Wir haben rund 30 Spezialistinnen und Spezialisten am Intrinsic Campus, die aus ganz unterschiedlichen Gebieten ihre Expertise reintragen. Das sind Psychologen dabei, das sind Kommunikationsexpertinnen dabei, das sind natürlich Didaktiker und Pädagogen dabei aus unterschiedlichen Hochschulen und pädagogischen Hochschulen. Verschiedene Leute, die wir glauben, sie können einen Beitrag leisten auf dem Weg einer werdenden Lehrperson, aber nicht Leute, die in ganz unterschiedlichen Feldern auch arbeiten. Hier kommt auch diese These der Vernetzung rein. Wir möchten nicht im Silo arbeiten, wir möchten nicht Experten anstellen, die sich dann im Glashaus da raufschackeln, sondern wir möchten eigentlich ganz viel Zugänglichkeiten in unterschiedliche Praxisfelder in der realen Welt da draußen zufügen stellen. Mit diesen Expertpersonen machen die Studierenden ein Lernprodukt. Der Lernprozess hat einen Start und ein Ende. Das sind vielleicht zwei, drei Monate, wo man gemeinsam auf die Reise geht. Das Team, studierende Experten machen die Methode gemeinsam aus, sie wählen die Literatur und sie entscheiden, welches Lernprodukt am Schluss ins Portfolio kommt. Sei das ein Film, ein Text, ein Spaziergang, ein Spiel, eine Präsentation. Irgendwas, was dokumentiert, wo meine Irrungen und Wirrungen waren auf dem Weg in diesem Lernmodul und eine Dokumentation, wo ich mich entwickelt habe. Dieses Lernprodukt bringe ich als Input dann wieder ein in den Intrinsic Campus, jeweils eben an diesem Tag einmal die Woche, lasse das challengen und versuche, die anderen Studierenden zu inspirieren mit diesem erarbeiteten Produkt und gehe dann weiter nahtlos laufend in die Praxis zurück und teste mich mit dem neuen Lernprodukt in meinem Rucksack. Ich habe jetzt vielleicht mit einer Psychologin meine eigene Lernbiografie aufgearbeitet, die getriggert wurde mit der schwierigen Mutter und gucke, fühle ich mich jetzt anders, bin ich an einem anderen Ort in der nächsten Begegnung mit den Eltern. Wenn ich merke, das sitzt doch überhaupt nicht, dann gehe ich in einem Sinn von hoher Leistungsorientierung eigentlich und Effektivität, gehe ich wieder zurück in den Lernprozess und merke, ich habe es noch nicht, ich muss da vielleicht an der Kommunikation weiterfeilen und gehe mit einer Kommunikationsexpertin in den Lernprozess, mache ein weiteres Lernprodukt und gucke dann weiter, ob ich jetzt an einem neuen Ort bin. Das so als Beispiel, wir versuchen somit aufgrund der Erfahrungen und Fähigkeiten, die die Studierenden mitbringen und aufgrund der realen Dringlichkeiten, die sie in der Praxis antreffen, so das optimale Curriculum für jeden einzelnen und jede einzelne zusammenzustellen. Und so reiht sich Lernprodukt an über diese Jahre, die die Studierenden am Intrinsic Campus verbringen und das gibt dann sozusagen das individuelle Portfolio, das das individuelle Curriculum abbildet. So viel dazu, ich gehe mal weiter noch und zeige einfach ein paar Bilder, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Wir arbeiten mit Lego Series Play sicher, vielen von euch bekannt. Wir versuchen immer eben in die Praxis zu gehen, in die Realität zu gehen, in die individuellen Themen zu gehen. Wir haben schöne Räumlichkeiten an der Talstrasse mitten in Zürich hinter dem Paradeplatz. Solche Bilder sind ganz häufig. Wir sitzen zusammen, wir diskutieren viel, wir gehen auf die individuellen Situationen ein und tauschen uns aus. Uns gelingt erstaunlicherweise auch jetzt im Corona-Remote-Modus ziemlich gut. Das ist so ein kleines Beispiel, was ich euch vom gestrigen Campustag mitgebracht habe. Bei der Literatur orientieren wir uns an einem sogenannten Ressourcenbuffet. Wir haben sieben unserer Expertpersonen gefragt, welche sind die Bücher, die ihr empfehlen würdet auf dem Weg zu einer werdenden Lehrperson. Das ist ein Büffet entstanden mit 30, 40 Publikationen und an diesem Büffet picken nun die Studierenden. Rahel zum Beispiel hat sich hier dieses Buch rausgelesen, hat das studiert und hat gestern jetzt in einer Kurzpräsentation, was wir auf Miro machen, das ist so ein Workshop-Board, was ich sehr empfehlen kann, hat sie uns dann durchgeführt durch ihre Gedanken, hat einige Zitate rausgepickt und präsentiert, hat uns ihre eigenen Erkenntnisse und Reflexionen zum Besten gegeben und hat so eine intrinsisch motivierte Buchlektüre den anderen zur Verfügung gestellt und dabei die anderen Studierenden inspiriert. Ich glaube, man kann ernsthaft sagen, wir haben sehr viel Humor, wir spielen viel, wir lachen viel, wir testen viel. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir mit dieser kleinen Gruppe von einem Dutzend Menschen auch sehr agil auf verschiedene Ideen eingehen können. Und vielleicht als letztes Bild, wir beziehen auch immer wieder die Community ein, wir laden in verschiedenen Formaten Leute, Experten, erfahrene Persönlichkeiten aus verschiedenen Gebieten immer wieder an den Intrinsic Campus ein und versuchen, eben nicht in unsere Bubble uns selbst zu verlieben, sondern uns immer auch wieder zu testen. Das ist jetzt hier ein Bild, glaube ich, das war noch im März, Anfang März, das Openki Festival, ein Festival von Openki, ist eine Freilerninitiative, wo wir auch ein Angebot gemacht haben am Intrinsic Campus. Ja, so viel mal als Input. Jetzt, ich habe den Chat nicht mitverfolgt, ich schlage aber vor für die Diskussion und Fragerunde. Schaltet euch ein mit Kamera und Bild und Ton. Stellt eure kritischen Fragen oder eure Gegenthesen. Das fände ich jetzt sehr spannend, hier zu diskutieren, was euch jetzt in den Bauch sticht. Passt das so? Könnt ihr euch einschalten? Ich glaube, es gibt da noch eine technische Hürde. Es sind einige der Teilnehmenden ohne Mikrofon eingeloggt. Ich habe vorhin geschrieben, dass das vom Server her so eingestellt ist, das stimmt so nicht. Also wer das Mikrofon einfach unmute jetzt hat, kann das Mikrofon einfach einschalten jetzt. Ich bin gerade nicht sicher, ob man das in der Session ausschalten kann, oder ob ihr euch vielleicht kurz neu einloggen müsst mit Mikrofonzugang. wäre das eventuell vom System her. Ich sehe jetzt einmal einen Simon Boller. Genau. Ja, los, dann starten wir so und die anderen schon im Chat und dann versuchen wir diese Themen auch zu nehmen. Jetzt mal Simon. Ja, ich habe mich jetzt einfach mal eingeloggt. Ja, die anderen müssen wahrscheinlich nochmals kurz raus und rein und dann müssen sie den Echo Test mit Mikrofon anklicken und dann kommt das auch gut. Dann können sie sich auch einloggen mit der Kamera und mit dem Mikrofon. Genau. Der Ansatz finde ich natürlich genial. Ich habe das Gefühl, dass ich das selber auch mit mir mache, weil ich auch in einer Ausbildung bin und dort passiert das zum Teil auch so. Und ich bin intrinsisch motiviert und lerne so auch gut. Was ich aber auch feststelle, wenn ich das mit Schülern machen und Studierenden, die sind zum Teil noch nicht auf diese Kultur eingestellt und dann fällt es manchen sehr, sehr, sehr schwer und sie bemängeln dann, dass ich zu wenig Input liefere, auch wenn sie gar nicht eine Frage haben. Sie wollen einfach da sitzen und wollen eigentlich konsumieren und ich liefere dann das nicht, sondern ich stelle Fragen und dann kommt keine Gegenfrage oder so. Also diese Kultur stelle ich als sehr schwierig, finde ich sehr schwierig. Wie macht ihr das? Genau. Ich gehe vielleicht noch kurz auf den Titel unserer Session ein, die heißt Lehrerbildung oder Bildungskultur in Freiheit und Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist der paradigmatische Wechsel, dass man nicht sagt, ja, es gibt da eine höhere Instanz, die dir sagt, was du zu lernen hast und wie das geht, sondern wir übergeben, also das können wir auch anwenden auf alle Bildungsetagen. Auch in der Schule, wir übergeben die Verantwortung, was du lernen möchtest, wir. Das geht aber nur, wenn ich dir maximale Freiheit gebe. Und deshalb gehen wir von einem disruptiven Paradigmenwechsel aus. Da funktioniert ganz vieles, was wir heute in Schule und Bildung kennen, nicht mehr. Es gehen vorgefertigte Lehrpläne, vorgefertigte Schulklassen in alterssortierten Gruppen nicht mehr. Es gehen Bewertungsschemen nicht mehr, wo ich mit Machtinstrumentarien, ob die jetzt missbraucht werden oder auch nicht, sei dahinter gestellt, aber wo ich in der Linearität, in der Hierarchie bewerten kann, was richtig und falsch ist, das geht alles nicht mehr. Und ich kann dir nicht ein bisschen die Freiheit geben, das war wie die Einführung der Demokratie. Man konnte nicht ein bisschen Demokratie einführen, man konnte in den 70er Jahren nicht ein bisschen Frauenstimmrecht testen, sondern entweder gibt es diese Freiheit mit zu entscheiden oder gibt es sie nicht. Natürlich soll ein sozialer Rahmen, sollen Spielregeln, sollen Rahmenbedingungen gelten, aber es muss grundsätzlich die Freiheit und Entscheidung, was zu lernen ist, muss beim Lernenden sein. Und nur dann kann die Verantwortung wahrgenommen werden. Und dann geht das ganze Spiel nicht mehr auf, dass ich als Lehrer dir das Material und den Inhalt und die Methode hinknalle und du musst halt im besten Sinne Dienst nach Vorschrift zu machen. Das Zeitalter der Ausbildung guter Soldaten und Fabrikarbeiter ist definitiv vorbei. Aber das ist eine große Übung, glaube ich, und es gibt noch nicht so viele Erfahrungen da drin, deshalb braucht es Experimente. Und wir versuchen hier zu experimentieren, im vollen Bewusstsein, dass wir auch scheiden können oder dass wir noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden haben. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, gerne. Kommt, Markus. Ah, hallo Markus. Ja, hallo. Danke sehr. Also ich bin Gerd, ich weiß nicht, hörst du mich auch? Gerd höre ich, aber jetzt kommt zuerst Markus. Okay, Entschuldigung. Okay. Ja, was mich noch interessiert, ist so die Zusammenarbeit mit den pädagogischen Hochschulen. Also ich, ja, ich war ja sehr, sehr aktiv auch dabei, als das Intrinsic Campus oder Lab entstanden ist. Und was mich noch interessiert, ist so die Berührungspunkte und auch die Zusammenarbeit, wie ihr die aktuell seht. Genau, wir haben unterschiedliche Berührungspunkte. Vor einem Jahr, bevor wir gestartet sind, sind wir auch auf die PH Zürich zugegangen, ganz aktiv, weil das in unserer Nachbarschaft ist, sozusagen die nächste PH im Zentrum von Zürich und ich hatte dann ein tolles Gespräch mit dem Rektor der PH Zürich. Genau, und das Interessante vielleicht, um diese Anekdote kurz zu erzählen, das Interessante war, wir haben eigentlich dieselben Fragen, natürlich. Was sind die Future Skills, was sind die Fähigkeiten, die die Kinder von morgen lernen sollen? Wie gehen wir mit Digitalisierung um? Die Fragen, die jetzt ganz akut ja auch gestellt wurden mit Corona. Was wir auch feststellen konnten, auch eine Gemeinsamkeit. Es gibt noch keine Antworten. Es gibt wenig Bilder, die diese grundsätzlichen Fragen beantworten. Und genau, ich glaube, das ist das dann auch, wo vielleicht ein gewisser Respekt von unserem kleinen Zwerg, also von uns als kleiner Zwerg entsteht, weil wir halt uns die Freiheit, die Frechheit, die Kühnheit, die Naivität rausnehmen, um einfach Bilder zu probieren, zu skizzieren. Und das war dann auch so bei der Verabschiedung mit dem Rektor, hat er dann gesagt, ja, und wenn Sie dann an die Medien gehen, dann bitte warnen Sie mich auch vorhin noch vor, damit ich mich vorbereiten kann. Dann nicht, er fürchte sich vor einem PH-Bashing. Das haben wir uns auch zu Herzen genommen, als es dann einen größeren Artikel in der NZZ am Sonntag gab, habe ich dann der Journalistin gesagt, gehen Sie doch auch auf den Rektor der PH Zürich zu und holen Sie die Stimme von ihm ein, was er dann auch gemacht hat. Also wir versuchen wirklich die Zusammenarbeit von Anfang an und auf allen Ebenen mit den PHs. Sonst haben wir ein Forschungsprojekt mit einem Bildungspreis der PH Zürich am Laufen. Wir sind in einem anderen Forschungs-, also dort geht es um Bewertung und Beurteilung, ein sehr zentrales Thema im Paradigmenwechsel der Bildung. Wir sind in einem Startup, das sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, verbunden in einem anderen Forschungsprojekt, wo die PH St. Gallen, Thurgau, PH Thurgau mitmacht und die PH St. Gallen, da geht es um künstliche Intelligenz beim Lernen. Also wir haben punktuell und auf verschiedenen Ebenen Berührungspunkte. Es gibt Expertpersonen, die auch Dozierende sind an einer der vielen PHs. So, aber institutionell sind wir bisher nicht verbunden. Ein Fernziel von uns ist, dass wir ein Austauschprogramm machen können. Dass wir in Fällen, wo wir erkennen, ach da ist jetzt eine Studierende in einem Praktikum an matthedidaktischen Fragen dran, da kann vielleicht der ein oder andere Semesterkurs an einer PH viel bessere und effizientere Antworten oder Lernschritte bringen als wir hier am Campus. Dann sollte es doch möglich sein, dass diese Studentin einen Semesterkurs an der PH Zürich zum Beispiel verbringt. Und umgekehrt, wenn da PH Studierende die Lunte gerochen haben, dass es da noch was anderes gibt, dann sollte es doch auch möglich sein, dass die ein Semester bei uns mitmachen. Das wäre eigentlich ideal. Aber bis jetzt ist es erst punktuell in konkreten Zusammenarbeiten. Meistens sind das so kleine Forschungsprojekte, die wir jetzt am Laufen haben. Weitere Fragen, Beiträge? Ja, ich habe noch eine Frage. Der Gerd. Ja, genau. Die Studierenden, die bei euch studieren, erhalten die dann irgendwie einen Abschluss? Also dürfen die nachher als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten oder ist das noch offen im Moment? Also das ist die eine Frage. Die andere ist, wie finanziert ihr euch? Also wie macht ihr das, dass das möglich ist? Und ich finde es eine, also extrem spannend und echt cool. Ich bin letztendlich über diese Hochschule für agile Bildung gestoppt, die jetzt dann auch startet. Ich denke, das sind eigentliche Umsätze, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Eigentlich drei Fragen. Super. Akkreditierung als Hochschule, gültiger Abschluss war die erste Frage. Wir vergeben kein Lehrerdiplom. Wir sind eine nicht akkreditierte Hochschule. Wir sind wahrscheinlich gar keine Hochschule. Wir sind ein Forschungsprojekt. Und die Studierenden sind im Prinzip Forschungsmitarbeiter, wie es eine Studentin vor kurzem gesagt hat. Wir haben zum Ziel, uns als irgendwie Hochschule akkreditieren zu lassen. Das ist nicht unmöglich. Es gibt ja auch private Hochschulen, wie zum Beispiel Kaleidos und andere. Es gibt bisher keine privaten oder alternativen pädagogischen Hochschulen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass das uns gelingen könnte. Man muss aber auch ganz realistisch sein. Es ist im Prinzip nicht im Interesse der EDK, also der Eidgenössischen Bildungsdirektorenkonferenz. Das ist der Zusammenschluss der Bildungsminister sozusagen, also der Erziehungsdepartementvorstehenden der Kantone. Die bilden die EDK und die haben die Hoheit, die Akkreditierung für die pädagogischen Hochschulen zu geben. Das ist ein föderales Politikum oder Prinzip in dem Sinne. Und eigentlich gibt es politisch kein Interesse, dass es weitere pädagogische Hochschulen geben soll, weil das ja eigentlich eine Privatisierung der öffentlichen Bildung ist. Von dem her, wir werden das versuchen und testen, sobald wir einen Schritt weiter sind, sobald wir beschreiben können. Wir haben das gründlich abgeklärt, was braucht es dann für eine Akkreditierung 2018, bevor wir gestartet sind und haben den Kriterienkatalog, das ist einfach, herausgefunden. Man muss Forschung betreiben, man muss sein Curriculum vorlegen, man muss zeigen, was man macht. Das kann man natürlich nur ex post und nicht schon im Voraus, bevor man sagen kann, wie es geht. Und da wollen wir aber auch vorsichtig sein. Wir möchten uns nicht primär an einem Kriterienkatalog, der natürlich die PHs abbildend orientieren, weil sonst laufen wir die Gefahr, eine schlechte Kopie der pädagogischen Hochschulen zu werden. Also wir haben das auf der Traktantenliste, diese Akkreditierung anzupeilen, aber es hat nicht die oberste Priorität. Unsere Studierenden haben somit kein gültiges Diplom, was auch nicht das Ziel ist, wie gesagt. Das Ziel ist, ein Prototyp zu bauen und nicht möglichst viele Studierende da an den Markt zu schicken. Interessant ist aber, dass die Studierenden jetzt schon nach dem ersten Semester, jetzt im zweiten Semester Angebote von verschiedenen Schulen bekommen. Von öffentlichen Schulen und von privaten Schulen, aber insbesondere auch von öffentlichen Schulen, wo sie jetzt als befristete Stellvertretung mit geringerem Gehalt, muss man sagen, arbeiten könnten, bevor sie die Ausbildung abgeschlossen haben. Also ich glaube, da könnte sich auch das eine oder andere verändern, kommt ein bisschen darauf an, wie groß die Aufbruchslust der öffentlichen Schule ist, wie groß der Druck aus Lehrermangel an der öffentlichen Schule ist und so weiter. Die Finanzierung ist privat geregelt. Wir haben Stiftungen, die uns unterstützen. Das ist die Mercator Stiftung, es ist die ACAS Foundation und es sind weitere Stiftungen, die sich überlegen, jetzt hier einzusteigen. Es braucht nicht so viel Geld, aber es braucht natürlich Geld, um das zu finanzieren. Da werden wir bis auf Weiteres auf diese Drittmittel angewiesen sein. Was wir bis kurz vor Corona jetzt gestartet haben, sind Testläufe mit Lehrer-Weiterbildungen. Das sind einfach aus Anfragen, wo Lehrpersonen oder auch Schulleitungen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, Intrinsic Campus ist gut und recht, aber wir sind schon Lehrer oder wir haben schon ein Lehrerteam. Wir würden gerne einen Fortbildungstag machen, haben wir jetzt schon angeboten, maßgeschneidert und begonnen jetzt ein erster Prototyp in Zusammenarbeit mit der ZHDK, also der Zürcher Hochschule der Künste, ein Lehrer-Weiterbildungsangebot zu machen. Und das wird längerfristig auch jetzt vom Businessplan her, wird das dann ein ökonomisches Standbein werden, wenn wir da eine Drittmittelfinanzierung ablösen können per Umsatz mit Lehrer-Weiterbildung. Und dann, wie es auf die längere Frist weitergeht, wissen wir noch nicht. Und die dritte Frage war die Hochschule für agile Bildung. Christoph Arn und Jean-Pierre oder Jean, 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 irgendwie Jean Munch. Das sind Kollegen von uns. Wir haben diese ganze Akkreditierungsfragen miteinander abgeklärt. Das haben wir in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe gemacht und jetzt machen sie sich aber auf, ein eigenes Projekt zu starten. Sie starten diesen Herbst und wir stehen da im Austausch, aber es sind zwei unterschiedliche Projekte, die sehr ähnlich funktionieren und die hoffentlich auch als Netzwerkpartner dann mit uns in Zusammenarbeit kommen. Also vielen Dank, ich finde das sehr klar für mich beantwortet. Vielen Dank. Gerne. Jetzt gucke ich im Chat. Da ist eine ganze Diskussion zwischen Marcel und Benedikt am Laufen. Will sich da jemand noch einklinken und das kurz auch formulieren, damit nicht alle nachlesen müssen? Also es geht ja da darum, was man macht, wenn sich herausstellt, dass sich eine Person nicht als Lehrperson eignet. Ich kann da vielleicht kurz ein Phänomen schildern, was wir jetzt beobachten mit den Studierenden. Wir sind eingefädelt im September 2019. Ich suche hier nochmals ein Bild heraus. Irgendwo im Hintergrund sieht man da diese komischen Spiegelkugeln. Das ist symbolisch gemeint. Wir haben uns ein paar Tage zum Start nach Savonin zurückgezogen und haben da eigentlich den Fixstern gebaut. Jeder einzelne Student hat seinen Fixstern gebaut. Symbolisch gesagt versucht, ein Bild zu skizzieren, welche Lehrperson er oder sie werden möchte. Und den Fixstern haben wir dann von Savonin runtergebracht nach Zürich und haben ihn da in den Himmel geschossen. Das erinnert uns da laufend dran. Die Idee ist, dass jeder eigentlich an seinem Berufsbild arbeitet. Da gab es eine Erstdefinition im September letzten Jahres und wir holen diese Sterne auch immer wieder mal vom Himmel und feilen und schleifen und arbeiten an denen, um sie dann wieder nach oben zu schießen, damit man eine Orientierung hat. Was ich damit sagen will, ist, dass die Fixsterne unterschiedlich sind. Es wird jede Studentin und jeder Student eine andere Lehrperson. Und was jetzt interessant ist, ist, dass sich diese Berufsbilder laufend weiterentwickeln, weil wir ja das Berufsbild nicht fix vorgeben. Da gibt es Leute, die jetzt immer mehr Klarheit haben, sie möchten im Kindergarten arbeiten, sie möchten ganz klar an der öffentlichen Schule arbeiten, sie möchten in einer freien Schule arbeiten. Jemand anders ist daran, eine eigene Privatschule zu gründen. Es gibt Leute, die sagen, ja, nein, ich möchte mehr in einer freien Szene im Bildungsbereich arbeiten. Und der Leni hat jetzt zusammen mit der Rahel im Januar, Februar und März je ein Future Skills Workshop in Zusammenarbeit mit einem Kunstraum in Zürich angeboten. Und das hat so in der freien pädagogischen Szene Erfahrungen gesammelt. Und da gibt es auch ganz viele Berufsfelder und Berufsbilder und ich bin sicher, in Zukunft immer mehr, wo pädagogische Kompetenz, Begleitung in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefragt ist. Genau, also das wäre dann sich für was eignen, ist tatsächlich, also das wäre die Ausgangsfrage in der Diskussion von Benedikt und Marcel. Das wird sich zeigen und wir versuchen, das beste Instrumentarium und die beste Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit jeder selber sich sein Berufsbild zusammenschussen kann. Und was ganz wichtig ist, auch im Design Thinking Modus immer wieder testen, immer das Praktikum so anzusetzen, dass man es testen kann. Jetzt jemand, der Studenten interessiert sich für Schulleitungsaufgaben, da geht es jetzt darum, ein Praktikum bei einem Schulleiter zu organisieren. Habe ich noch nie gehört, dass das geht, dass es das gibt, aber sollte ja sicher möglich sein. Interessant ist, dass unsere Partnerorganisationen, Schulen und Lehrer kommen vor allem auf uns zu und sagen, wir finden das interessant mit dem Intrinsic Campus, wir würden uns da gerne einklinken. Und das sind natürlich ideale Voraussetzungen, um eine Zusammenarbeit aufzuziehen, anstatt dass wir Schulen oder Lehrpersonen beauftragen, hier einen Halt, mühsamerweise einen Praktikant oder eine Praktikantin zu nehmen. So, ich mache einen Punkt. Was gibt es sonst noch aus Ihrer Runde? Ja, hier ist Arif. Ich hätte zwei Fragen. Kann man mich gut hören? Hallo. Hallo, Arif. So, eine Frage. Also grundsätzlich halte ich diesen Ansatz für die Erwachsene Bildung auf jeden Fall sehr spannend. Ich frage mich nur, ob das auch für alle Altersstufen geeignet ist. Also speziell jetzt auch eben für Kinder, für Primarschule. Also da habe ich auch schon konkrete Beispiele mitbekommen. Teilweise werden ja diese Ansätze ja schon praktiziert, dass die Kinder, ja, dass bei ihnen Frust aufkommt, wenn sie keine Anleitung bekommen. Also wenn man sie einfach damit überlässt, ihnen sagt, gewissermaßen überspitzt gesagt, bringt es euch selber bei. Eben dieser Punkt, dass man, dass man eigenständig schaut, was man brauchen kann, dass man eigenständig lernt. Da habe ich den Eindruck, dass bei Kindern zumindest es mehr Anleitung braucht. Da wollte ich eben fragen, wie ihr das seht mit eurem Ansatz jetzt eben für die Schulbildung, Kinder, Jugendliche. Ja, bin ich anderer Meinung. Gibt es ganz viele Forschungsliteratur auch dazu. Interessant finde ich die beiden Gebiete Entwicklungspsychologie, die eigentlich besagt, dass das Kind, wenn es zur Welt kommt, und wenn es ganz am Anfang des Lebens steht, übernimmt es sehr viel Verantwortung und ist es auch gut geübt in der Freiheit. Es lernen laufen, lernen reden und so, das ist ja nicht auf Lektionen, auf vorbestimmte Unterrichtseinheiten basierend, sondern das ist abgucken, probieren und die einen Kinder lernen mit Dreivierteljährigen gehen, die anderen brauchen bis eineinhalb und so weiter. Also da lässt man in der Regel ja auch, da haben wir die Kultur dazu, lässt man den Spielraum. Ich glaube, wenn man diese Kultur beibehält, dann können die Kinder viel mehr, kann man ihnen viel mehr zumuten und zutrauen, als wir das gängig heute tun. Vielleicht könnte man auch den paradigmatischen Wechsel, der ansteht, so beschreiben, dass es eigentlich darum ginge, die Freiheit beim Lernen im Kleinkinderalter bis ins Erwachsenenalter aufrecht zu erhalten. Was wir heute kennen und haben, ist das Verlernen, also wir haben verlernt, die Freiheit und Verantwortung zu managen, zu handeln, dass wir mit diesen Möglichkeiten umgehen. Wir sind abhängig von den Anleitungen, von den Ansagen, dass mir jemand sagt, was zu tun ist. Weil halt eben, und das ist schon die Erbschaft aus der Industrialisierung, weil deterministisch immer gesagt ist und geplant ist, was wir zu tun haben. Und das ist ein philosophisches Thema auch, könnte man lang diskutieren. Ich glaube, man muss es testen und an die Grenze gehen. Und wenn man ein Spektrum anguckt, hier ist Dienst nach Vorschrift und da ist maximale Freiheit und Eigenverantwortung. Dann ist unser Ansatz nicht dogmatisch, es muss alles Freiheit und Eigenverantwortung sein. Aber wir möchten die Grenzen ausloten, wir möchten weggehen von Dienst nach Vorschrift und gucken, wie weit können wir gehen in einem spielerischen Modus, in einem radikalen Ansatz, aber undogmatisch im Bewusstsein, dass wir natürlich auf diesem Kontinuum hin und her pendeln werden. Aber lass uns einmal ins Kraut schießen, lass uns mal überborden mit Freiheit und Eigenverantwortung. Dann werden wir die Grenze finden, wo es Sinn macht. Und es gibt auch nicht eine richtige Antwort, selbstverständlich. Es gibt Ambiguitäten, wir werden uns viel mehr in Ambiguitätstoleranz üben müssen, dürfen, können. Ich gucke auf die Uhr. Es ist bereits 20 nach 10. Um 10.30 Uhr gehen die Workshops weiter. Erfahrungsgemäss machen Pausen Sinn in diesem Setting. Ich schlage vor, wir kommen hier zu einem Schluss. Ich bin jederzeit natürlich gerne bereit, weiter zu diskutieren, in welchem Format auch immer. Intrinsic.ch ist unsere Website. cm, meine Initialen, at intrinsic.ch ist meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank, dass ihr da wart und auf bald. Habt eine schöne Open Education Half Day weiterhin. Tschüss.